Bei der Liebe geht es nicht um jemanden. Es ist die Art, wie du in dir selbst bist. Aber wir haben unterschiedliche Beziehungen. Jede Beziehung ist eine andere Art von Transaktion, nicht wahr? Und wenn du nicht weißt, was der Zweck der Transaktion ist und die Natur dieser Transaktion ist, wirst du es natürlich vermasseln. Liebe ist eine bestimmte Art zu sein. Beziehung ist eine Transaktion. Die Transaktion muss nach den Gesetzen der Transaktion erfolgen. Wenn du versuchst, es darüber hinaus zu drücken, wird es brechen. Ich habe zwei Fragen, Sir. Es gibt verschiedene Arten der Liebe, wie mütterliche Liebe, väterliche Liebe, Liebe zwischen Geschwistern, zwischen Ehepartnern, zwischen Mann und Frau. Ich möchte wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen Sex, Liebe und Meditation gibt. Das ist die erste Frage. Zweitens, Shiv und Shakti. Shakti ist Energie und Energie ist Materie. Können wir sagen, es ist Bewusstsein, wenn wir es ins Englisch übersetzen, Bewusstsein und Materie? Bewusstsein und Materie. Zweite Frage, nein. Es ist ein komplettes. Da passiert zu viel falsche Darstellung. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, uns das anzuschauen, denn das ist eine bestimmte Dimension des Lebens, die auf eine bestimmte Weise betrachtet werden muss. Für die erste gibt es, schau, ich glaube, das haben wir schon besprochen. Schau, bei der Liebe geht es nicht um jemanden. Bitte verstehe das. In einer Beziehung geht es um jemanden. Wir haben unterschiedliche Beziehungen zu verschiedenen Arten von Menschen, nicht wahr? Abhängig von der Art der Aktivität, in der wir uns befinden. Jetzt kommt dein Kind hierher. Aus deiner Liebe heraus packst du ihn und setzt ihn auf deinen Schoß. Dein Nachbar kommt. Bitte tu das nicht. Aber kannst du deinen Nachbarn gleichermaßen lieben, ohne ihn dabei zu packen? Ja oder nein? Nun, deine Mutter kommt. Du gehst hin und machst das und drückst deine Liebe aus. Dein Hund kommt, buh, 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 machst du. Kannst du deinen Hund so sehr lieben wie deine Mutter, frage ich dich. Oh, Hund und Mutter, vergleicht er. Blödsinn. Sag mir, wenn du dich wegen deinem Hund wirklich wunderbar fühlst, ist es dann weniger als alles andere oder mehr als alles andere? Bei der Liebe geht es nicht um jemanden. Es ist die Art, wie du in dir selbst bist. Aber wir haben unterschiedliche Beziehungen. Unsere Beziehung mit dem Hund ist eine Art. Die mit unserer Mutter ist eine andere Art. Die mit unserem Kind eine andere Art. Die mit einem Freund eine andere Art. Mit einer Arbeitsbeziehung ist es eine andere Art. Beziehungen sind Transaktionen. Transaktionen müssen vernünftig gehandhabt werden. Du kannst nicht mit jedem die gleiche Transaktion durchführen. Polygamie. Warum werde ich zum Auslängeschild dafür gemacht? Nicht du. Nicht du. Das ist ein Konzept. Es ist ein Konzept. Du bist nicht der Einzige, der das anschreibt. Es ist also, konzeptionell gesehen, ist es genau das. Jede Beziehung ist eine andere Art von Transaktion, nicht wahr? Und wenn du nicht weißt, was der Zweck der Transaktion und die Natur dieser Transaktion ist, wirst du es natürlich vermasseln. Du wirst es natürlich vermasseln. Es spielt keine Rolle, wie nahe sie dir sind. Du wirst sehen, vielen Menschen ist es passiert. Menschen, die dachten, sie sind eins und werden nie getrennt werden, sind untereinander in schrecklichen, hasserfüllten Situationen. Nicht wegen irgendetwas anderem. Nicht, weil sie schlechte Menschen sind. Und nicht wegen etwas anderem, bloß verstehst du nicht die Grenzen von du verwechselst Handlung und die Art zu sein. Liebe ist eine bestimmte Art zu sein. Eine Beziehung ist eine Transaktion. Die Transaktion muss nach den Gesetzen der Transaktion erfolgen. Wenn du versuchst, sie darüber hinaus zu drücken, wird sie brechen. Aber wie du dich in dir selbst fühlst, das geht niemandem etwas an. Und niemand sollte etwas daran tun können. Du fühlst dich wunderbar in dir selbst, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Körper, in deinen Energien. So solltest du sein. Wenn du dich in deinen Emotionen süß fühlst, bist du liebevoll zu allem, auf das dein Blick fällt. Aber die Transaktion ist anders. Wie ich bin, wie ich mit jemandem verfahre, so kann ich nicht einfach mit dir verfahren, nicht wahr? Aber ich muss mich nicht anders fühlen. Denn das ist die Art, wie ich beschlossen habe, in mir selbst zu sein. Du musst also dieses Verständnis haben. Was ist Sein? Was ist Tun? Wenn es diese Unterscheidung nicht gibt, dann wirst du es durcheinander bringen und denken, dies ist das und das ist dies. Ich liebe dich ist eine fälschliche Aussage. Ich bin verliebt, in Ordnung. Ich kann dich nicht lieben, das ist nicht möglich. Ich kann in gewisser Weise mit dir verfahren, aber ich bin liebevoll. Weil ich liebevoll bin, hat auch die Transaktion diese Qualität. Wenn ich nicht liebevoll bin, wird die Transaktion nicht diese Qualität haben, nicht wahr? Sir, meine Frage bezog sich auf den Zusammenhang zwischen Sex, Liebe und Meditation. Gibt es da einen Zusammenhang? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Sex, Liebe und Meditation? Ich dachte, wir hätten Sex und Liebe ausreichend getrennt. Sexualität bedeutet ... Ich versuche nicht, ein moralisches Urteil darüber zu fällen. Ich habe so etwas dazu nicht. Es ist nur so, dass deine Intelligenz von deinen Hormonen gekapert wurde. Als du zehn Jahre alt warst, hast du dir diesen Jungen oder dieses Mädchen angesehen. Sie waren einfach Menschen. Plötzlich wurdest du zwölf Wirzen, du schaust sie an, plötzlich kleine Veränderungen in der Form des Körpers sehen aus wie ein ganzes Universum, ganz plötzlich. Ja oder nein? Warum? Weil du intern chemisch vergiftet wurdest. Das ist der Trick der Natur, um irgendwie dafür zu sorgen, dass du dich fortpflanzt. Glaube nicht, dass es die Natur interessiert, ob du jemanden liebst oder jemanden nicht liebst. Die Natur ist daran interessiert, dass du dich fortpflanzt, weil die Art sonst verschwinden wird. Das ganze Drama drumherum muss geschehen, denn wenn du dich einfach nur fortpflanzt, fühlst du dich wie ein Tier. Nachdem du dich darüber hinaus entwickelt hast, fühlst du dich irgendwie unbehaglich. Du willst also all diese Lieder hinzufügen. Was sind die Dialoge? Singe ein Lied von ... Du musst all das tun, um dir das Gefühl zu geben, dass es um etwas anderes geht. Es geht nicht um das hier. Aber nein, Sexualität ist genau das, hormonell gesteuert. Ist es gut, schlecht? Ein solches Urteil gibt es nicht. Es liegt nicht an dir zu beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Die Frage gilt dir persönlich. Wie stark ist diese Kraft in dir? Willst du dem dein Leben widmen oder nicht? Das ist etwas, das du entscheiden musst. Wie hängt das mit Meditation zusammen? Das Wort Meditation bedeutet in der englischen Sprache eigentlich gar nichts. Deshalb benutzt es jeder. Wenn du deine Augen schließt und sitzt, sagen sie auf Englisch, dass du meditierst. Mit geschlossenen Augen kann man viele Dinge tun. Du kannst Japa, Tapa, Dharana, Dhyana, Samadhi, Shunya machen, alles Mögliche, oder du magst einfach die Kunst des Schlafens in vertikaler Haltung gemeistert haben. Wer weiß schon, was du mit geschlossenen Augen tust. Verschiedene Dinge, die man tun kann. Wenn wir also annehmen, wenn wir annehmen, dass Meditation Dhyana bedeutet, dann wird das Wort Dhyana zu locker verwendet. Es ist im heutigen Sprachgebrauch nicht spezifisch, aber es hat eine spezifische Bedeutung. Es bedeutet, wenn du hier sitzt, ist dein Körper hier, dein Denken ist dort, was du bist, ist irgendwo anders. Das heißt, diese drei Identitäten sind getrennt in deiner Erfahrung. Wenn diese drei Dinge getrennt sind, wo ist dann noch die Frage, der Prozess des Körpers, der Prozess des Denkens, was hat das damit zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang? Nein, den gibt es nicht. Dann, oh, wenn ich meditiere, kann ich keinen Sex haben. Wenn ich Sex habe, kann ich nicht meditieren. Das ist nicht der Punkt. Meditation ist keine Handlung. Sie ist eine Qualität. Wenn du deinen Körper, dein Denken, deine Energie und deine Emotionen bis zu einem gewissen Grad der Reife kultivierst, wirst du meditativ. Es ist wie der Duft einer Blume. Wenn die Blume blüht, ist er ein Duft. Wenn eine Blume nicht blüht, kann man etwas versprühen und weitergehen, aber es wird nicht dasselbe sein. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was du von innen heraus verströmst, und dem, was du von außen aufträgst. Das ist ein großer, gewaltiger Unterschied. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Der Unterschied ist zwischen Leben und Tod. Du kannst sogar eine Leiche gut riechen lassen, wenn du etwas versprühst, aber das ist anders. Einen bestimmten Duft zu verströmen, ist etwas völlig anderes. Meditation ist also eine Qualität. Meditativität ist eine Qualität. Keine Handlung. Wenn ich das tue, ist das Meditation? Nein. Wenn ich das tue, ist das Meditation? Nein. Wenn ich das tue, ist das dann Meditation? Ja. Das ist Meditation. Ja. Ich denke, das wird dir die richtige Perspektive geben. Es geschah einmal. Da ist ein Sufi-Meister namens Ibrahim. Ibrahim versammelte ein paar Leute in seinem Ort und versuchte, Menschen auszubilden. Eines Abends treffen sich zwei seiner Schüler und sie sind frustriert. Und der eine sagt, Hey, ich möchte rauchen, aber ich weiß nicht, was der Meister sagen wird. Der andere sagt, auch ich möchte rauchen. Warum fragen wir ihn dann nicht? Sie beschließen, ihn getrennt zu befragen. Am nächsten Tag, abends, sitzt ein Kerl frustriert im Garten, der andere kommt und qualmt. Hey, du rauchst? Der Meister hat gesagt, ich soll nicht rauchen, und du rauchst? Der eine fragte, was hast du dem Meister gefragt? Er sagte, ich fragte ihn, kann ich rauchen, wenn ich meditiere? Er sagte, nein. Ah, das ist ein Problem. Ich fragte ihn, kann ich meditieren, während ich rauche? Er sagte, ja. Ich fragte ihn, kann ich mit dem Meister sagen. Ich fragte ihn, kann ich mit dem Meister sagen.